Hallo und herzlich willkommen zurück zu Die Siedler, das Erbe der Könige, die Nebelreich-Kampagne. Mit mir, Gaius Julius Cäsar, mit dieser ersten Mission bei Teil 2 sozusagen befinden wir uns hier. Und wir machen weiter, wir haben hier die Schmiede jetzt gebaut. Ich glaube eine Alchemistenhütte brauchen wir nicht, wir brauchen aber ein bisschen Steine. Deswegen gehen wir hier mal ans Geröll ran. Und ich würde gerne weiter erforschen, aber dafür bräuchten wir die Festung. Und somit noch mehr Steine und Geld. Wir brauchen 300. Dann tue ich mir immer noch zwei Leibeigene leisten, die noch ein bisschen schneller das Geröll hier uns holen. Sehr schön. Hier holen uns schon einige Eisen. Das ist auch schon ganz gut. Hier haben wir die, die Lehm holen, da brauchen wir auch nicht mehr so viele. Die dürfen von mir aus auch noch an den Eisenschacht rangehen. Okay, und sonst... Ach, schaut mal an, hier ist ja eine... Genau, hier war eine Kiste. Äh, wo ist Ari? Die ist hier hinten. Ich bin schon unterwegs. Lauf nochmal da hin und Dario, hol dir mal, was es in der Kiste hier gibt. So, hier wird nochmal ein wenig explodiert. Ja, ah, und hier ist noch eine Schatzkiste. Sehr gut. Da darf sich ruhig Dario einmal drum kümmern. Und genau, wir können jetzt hier... Ihr müsst mir spüren, also... Ah, die Leibeigenen sind so langsam. 300 Taler brauche ich, dann hole ich mir noch einen Leibeigenen. Im Leben nicht! Wow, wir haben Schwefel gefunden, das brauchen wir doch gar nicht. Wir brauchen doch gar keinen Schwefel. Und wer weiß, ob wir da nicht gegen Kreaturen kämpfen müssen. Deswegen würde ich gerne, bevor wir die letzte Ruine sprengen, noch eine Armee aufbauen. Aber für bessere Technologien brauchen wir erstmal eine Festung. Hierfür benötigt ihr mehr Taler. Ja, mehr Taler, ich weiß. Das ist mir bewusst. Wir brauchen allgemein mehr Steine, leider auch. Ah, Kaserne ist auch so teuer. Ich würde auch gerne einen Schießplatz bauen. Schönes Zeltlager hier eigentlich, oder? Gar nicht mal so schlecht. Hier kann man es auf jeden Fall aushalten im Grenzland. Gut, abgesehen jetzt von der neuen Bedrohung, die da ist. Ähm, gibt es aber, denke ich, Schlimmeres. So, um noch ein bisschen mehr Geld zu verdienen, äh, könnten wir doch noch vielleicht den... Die Ziegel... Ach, die Ziegelhütte kostet auch Steine. Oh, das ist dann eher schlecht. Steuern und Sold gleich, meine Güte. Dann baue ich hier noch mal einen Bauernhof hin, würde ich sagen. Dass die Schmiedeleute hier auch zufrieden sind. Noch ein schönes Haus. Perfekt. Ja, 220 ist halt echt nicht viel Geld. Ich weiß nicht, ob die gleich hier alle Geld kosten. Keine Ahnung. Kann ich nicht sicher sagen. So, unsere Festung ist ausgebaut. Das heißt, wir könnten endlich mal das stehende Herr erforschen. Dann können wir auch Bogenschützen ausbilden. Das finde ich schon mal gut. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Ja, wir bauen ja gerade noch Wohnhäuser. So, und hier wird jetzt noch das Grill weg. Geräumt, wie es sein muss, meine Freunde, wie es sein muss. So, ich warte noch, bis das kleine Wohnhaus hier fertig gebaut wurde. Und dann dürft ihr noch das Grill hier wegräumen. Dass wir bald genügend Steine haben, um den teuren Schießplatz uns zu holen. Der kostet 350 Steine. Da fehlt uns leider noch ein bisschen was. Ja, die Steine. Ein Problem nach dem nächsten lösen, würde ich sagen. Tja, ob die Diebel... Gut, wir haben fünf Kampfkraft. Dürfen wir zur Armee hier hin. Ich bin nur am überlegen, wo wir am besten den Schießplatz dann hinbauen. In der Nähe von der Brücke, aber auch ein bisschen zentral. Hier irgendwo. Vielleicht ja hier. Abbrechnung, Steuern und Sold werden gezahlt. Jawohl, Steuern hört sich immer gut an. Eine neue Technologie ist erfordert. Sehr gut, das heißt, wir warten jetzt noch auf die Steine. Deswegen können wir uns Zahnräder gerade nicht leisten. Legierungen, Ausbau von Schmieden. Das könnten wir aber mal machen. Das mache ich auch. Okay, genau. Ich wollte... Ah ja, ne. Die Ziegelhütte kann ich mir ja nicht leisten, weil die zu viel Steine kostet. Alles klar. Wenn ich nicht bald einen Platz in einem Bauernhof finde, falle ich vom Gleif. Ja, das tut mir leid. Du musst dich leider von Schwefel und Steinen hier ernähren. Ups. Hier fällt man ja vom Brand der Welt. Schaut mal, hier ist sogar so ein schöner Schwefelartiger Ausdunstung. Höchst interessant. Gut. Gehen wir mal zu unseren Leibeigenen, die wir hier schon irgendwo hier hin... Waren das nicht vier? Hier ist noch einer. Laufen wir hier her. So. 350 Steine, da warten wir gerade noch drauf. Holz haben wir echt genug. Wer hackt denn aktuell alles Holz? Du hackst auch Holz. Wird erledigt. Das geht aber nicht, dass du auch Holz hackst. Ihr braucht mehr Steine. Ja, ja, wir haben doch gleich Steine. Na los, na los. Komm schon, komm schon, komm schon. Vier Steine noch. Was dauert denn da so lange? Also hier, baut mal schnell den Schießplatz. Dann können wir ein paar Bogenschützen ausbilden. Leider haben wir nicht so viel Geld für Bogenschützen. Ihr verfügt nun über das Wissen über eine neue Technologie. So, Mathematik müssen wir auf jeden Fall erforschen für den Brückenbau dann. Dafür bräuchten wir... Oh, Flaschen zu. Okay. Ist das nicht wundervoll hier? Ja, und hier bräuchten wir nochmal Steine. Okay. Merke ich mir. Aber wir können ja erstmal ein paar normale Bogenschützen nehmen. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Wird erledigt. Sehr brav. Boah. Eine Schützenarmee kostet 150. Wir haben echt wenig Geld, ne? Das kostet richtig Geld. Hm. Dann müssten wir noch ein bisschen warten mit dem Geld. Ich hätte auch gerne schon wenigstens die Langbogenschützen. Aber kommen wir irgendwie noch mehr besser an Geld? Ich glaube nicht direkt. Bei der Schmiede fehlen uns eh noch Steine. Das Geröll hier ist bald weg. Jetzt sogar, in dem Moment. Kann ich doch jetzt gehen? Eine neue Technologie ist veranscht. Dann geh doch mal zum Eisen. Mathematik wurde schon mal erforscht. Ja, und ich glaube unsere Bevölkerung reicht aktuell aus. Ja gut, hier fehlen noch genügend Steine. Wir warten mal, würde ich sagen, auf den nächsten Zahltag. Weil dann können wir sowieso erst die Langbogen erforschen. Ich meine, die Langbogen hätte ich schon gerne. Um hier voranzukommen. Wo ist eigentlich Dario? Ah, du kannst gleich mal wieder mitkommen. Gut. Wir versammeln mal die Armeen an einem Platz. Ich meine, solange wir hier keine Brücke bauen, können ja auch keine Feinde kommen. Für euch doch immer. Ja, das ist aber schön, dass du das für uns immer machst. Ach, herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. So, hier, wenigstens Langbogenschützen würde ich gerne haben. Und ihr seht schon, wir können dann in Zukunft auch mal Scharfschützen ausbilden. Aber da brauchen wir eine besondere Technologie. Und auf die haben wir noch keinen Zugriff hier. Noch nicht verfügbar. Extra neue Technologien, die wir noch nicht kennen. Die lernen wir erst noch im Laufe dieser Kampagne kennen. Aber dann können wir Scharfschützen irgendwann ausbilden, die mit Gewehren schießen und nicht nur mit Pfeil und Bogen. Wie wir das ja noch relativ primitiv machen. So, jetzt müssen wir auf den nächsten Zahltag auf jeden Fall auch noch warten. Achso, ja, wir haben keine Steine mehr, richtig. Jetzt dachte ich schon, wieso kann ich das nicht noch verbessern? Geht aktuell leider nicht. So, aber ich würde sagen, jetzt bevor wir ewig sinnlos warten, darf der Dieb mal ans Werk gehen und die letzte Ruine sprengen. Und dann schauen wir mal, was passieren wird. Ja, wir können ja schon mal... Achso, ja, währenddessen kann ich keine Truppen ausbilden. Gut, schauen wir mal, was passiert, wenn wir die letzte Hausruine jetzt hier sprengen werden, Freunde. Auf geht's! Ja, wunderbar, endlich Platz. So, nun lasst uns eine große Brücke bauen. Jawoll. Ihr forscht Mathematik in der Hochschule und errichtet ein Architektenstube am Fluss. Die Brückenarchitekten verstehen ihr Handwerk und können euch Konstruktionsbrinern fertigen, nachdem eure Leibeugnern dann die Brücke errichten. Ihr werdet sehr viele Steine benötigen. Doch gerade die sind hier in der Gegend sehr knapp. Die einzige Steinbruch ist verschüttet. Und einige Leute haben auch dort diese unheimlichen Kreaturen gesehen. Oh. So soll es sein. Ihr verfügt nun über das Wissen über eine neue Technologie. Oh, hier könnten also auch diese Kreaturen sein. Das ist natürlich sehr unschön. Ja, hier oben sind die, ne? Hui. Okay. Puh. So. Da bin ich. Ah, Pilgrim. Entschuldigung, hatte noch was zu erledigen. Was soll ich in die Luft jagen? Na, Gott sei Dank, Pilgrim. Wir brauchen dich. Dringend, dringend, dringend. Steuern und Sold werden gezahlt. Wollen die jetzt schon da runterlaufen? Wie ihr wünscht. Mit Vergnügen. Wir stellen uns denen mal in den Weg, weil die wollen bestimmt da hin, oder? Um da runter vielleicht zu kommen. Schauen wir mal. Wie ihr wünscht, mein Herr. Pilgrim und die Armee. Kommt mal auch zur Unterstützung mit hierher. So soll es sein. So. Achso, dann würde ich ja gerne selbst ein bisschen Armee bauen. Wir haben nur leider kaum Geld. Das ist echt nicht gut. Sicher. So, der Dieb hier. Pilgrim ist auch schon in the house, sozusagen. Wie ihr wünscht. Ich darf es gleich mal hier eine Kanone bauen von mir aus. Da steht sie schon. Gell. So, Dario kommt noch und natürlich... Hierfür benötigt ihr mehr Taler. Achso, ja, viel bringen die nicht, wenn da nicht noch ein paar Taler mit rauskommen. Das kosten die leider nur Geld. Und bringen uns noch nicht so viel. Egal. Ist unsere Armee stark genug hier? Mal, um ein paar zu erledigen vielleicht. Vielleicht können wir die auch ein bisschen hier locken. Freunde, komm zu mir. So, die Kanone schießt die vielleicht schon. Jetzt rennen die da weg. Natürlich. Die wollen uns halt zu ihren Freunden führen, ne? Das ist das Problem bei der Sache. Ihr werdet angegriffen. Wenn ihr meint, eure Armee wird Taler ihre Steuern. So, und die Schlacht hat begonnen. Gegen diese Wesen. Jawohl. Vernichtet sie alle. Zerstört sie. So, vor allem hier unsere Fernkämpfer müssen gut kämpfen. Attacke! Ey, die stehen noch alle ganz gut da. Gefällt mir. So leben werden wir in Zukunft auch kaum noch brauchen. Ihr werdet angegriffen. Ihr dürft schon mal hierher kommen. Oh, und dann können wir gleich weitermachen. Er greift sie. Mit der nächsten Feindes-Truppe. Die Kanone hier steht jetzt ein bisschen blöd, aber okay. Ja, jetzt ist aber Pilgrim kurz davor zu sterben. Deswegen muss ich den mal ein bisschen zurückziehen. Er kann nämlich wieder so eine Sprengung einmal vornehmen. Das soll er aber bitte mal machen. So, hier jetzt einmal. Komm, Bombe und Feuer. Jawohl. Die hat gleich mal vier in den Tod gerissen. Sehr gut. So muss das sein. Haben wir jetzt alle besiegt? Ich glaube, jetzt haben wir alle besiegt. Sehr gut. Pilgrim kann jetzt hier gleich die nächste Sprengung vorbereiten. Dann haben wir, denke ich, hier die Feinde besiegt und gehen zur Brücke. Denn jetzt müssen wir ja die Brücke hier bauen. So, Eisen haben wir auf jeden Fall schon mal ordentlich. Jetzt haben wir jetzt fast 5000 haben wir da abgebaut. Und jetzt können wir hier gleich noch an Steine rankommen. Und die ganzen Leibeigenen kommen auch schon und wollen gleich helfen. Dürfen noch mal ein bisschen Holz hacken. Geld bräuchten wir halt. Das ist unser einziges großes Problem aktuell. Dass wir so wenig Geld verdienen. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Ihr habt nicht genug Thaler. Äh, welche Technologien brauchen wir denn, um Türme zu bauen? Ausbau von Aussichtstürmen und Gruppen. Ja, okay, dafür brauchen wir Steine. Aber darum kümmert sich doch jetzt Pilgrim. Haha, das gibt ein feines Feuerwerk. Kein Problem. Gut. Du riechst auch hierher. Und ihr hackt jetzt alle für fröhlich Steine. Wir brauchen jetzt ganz viele davon. Bisschen an. Und weniger Eisen, hätte ich jetzt gesagt, sondern ganz viele Steine. Sicher? Aussichtstürme können wir schon bauen, aber wie gesagt, wir brauchen mehr. Aber gut, wenn jetzt hier unten eh nur noch so wenige sind, können wir auch noch eine Mine bauen, würde ich sagen. Gleich noch einen Bauernhof dazu, dass es schön heimelig wird. Beibau doch gleich mal. Achso, ja gut, ihr könnt noch mal ein Haus bauen. Äh, was ist weg? War nicht irgendwo gerade alles weg? Nee. Gut. Durch die Eisenmine bekommen wir noch mal ein bisschen mehr Geld. Das ist schon schön. Ich hab getan, was ihr wolltet. Ja, ja. Bisschen an. All eure Wohnmesser sind belegt, aber es gibt noch obdachlose Siedler. Was, es gibt noch obdachlose Siedler? Wie kann das überhaupt sein? In meinem Königreich. Fertig, Meister. Ähm, boah, 400 Steine kostet die Architektenstube. Heieieiei. Ich glaub, ich tu noch mal zwei dahin schicken. Je mehr jetzt hier am Steinbruch arbeiten, umso besser, umso schneller kriegen wir die nötigen Steine. Nö. Ja, ihr von mir aus auch. Ab zum Steinbruch. Können wir denn schon Steinmetze bauen? Haben wir hier überhaupt noch ein paar Leibeigene rumstehen? Ich bin fertig hier. Hier ist einer. Kann ich jetzt Feierabend machen? Äh, Zahnräder brauchen wir dafür. Ja, ich würd sagen, wir erforschen dann, auch wenn's viele Steine kostet, trotzdem nochmal die Zahnräder. Dann können wir nämlich auch unsere Aussichtstürme zu Ballistatürmen ausbauen, wenn ich das richtig sehe. Vieles ist in dieser Mission noch nicht verfügbaren Technologien, das ist aber kein Problem. Das kriegen wir alles hin. Nichts lieber als das. So. Ähm, was brauchen wir hier? Zahnräder brauchen wir auch hier für die Verbesserung, alles klar. Genau, hier ist unser Dorfzentrum. Gut, da brauchen wir auch wieder Steine. Ah genau, und wir würden vielleicht gern noch eine Ziegelei bauen. Wo ist denn jetzt der eine Leibeigene, der ich war? Ist das nicht wundervoll hier? Ist das wundervoll? Ich weiß es nicht. Aber wenn du das meinst. Hier bleib ich gern. Jetzt hab ich den Leibeigenen verloren. Das war doch hier irgendwo ein Leibeigener. Wenn ich jetzt alle 37 durchklicken muss, wär das... Da ist er. So, jetzt bau doch noch mal ne Ziegelhütte. Einfach, dass wir noch ein paar Ziegler haben, die Geld zahlen. Ist doch nicht schlecht. So, ihr dürft jetzt hier noch den Rest an Eisen holen. Hier sind diese Toten. Und wir holen jetzt richtig Steine. Mit ganz vielen Leibeigenen. Ja, ich glaub den Großteil der Leibeigenen haben wir echt dort. Ja, doch, das sollte jetzt schon so passen. Ähm, genau, hier warten wir auf die Zahnräder. Wir verfügten nun über das Wissen über eine neue Technologie. Die haben wir jetzt erforscht. Dann machen wir doch mal mit der Schießanlage. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ich bin etwas unschlossen. Doch, machen wir mal mit der Schießanlage weiter als nächstes. Ach genau, und jetzt würde ich gern noch den Steinmetz bauen. Ich mein, wir können ja noch mal drei Leibeigenen leisten uns noch mal. Auch wenn wir das Geld eigentlich dringend brauchen. Deswegen nicht noch mehr, aber das reicht. Und dann bauen wir jetzt hier noch eine Steinmetzhütte hin. Die zusätzlichen Ziele sollten uns auch noch mal Arbeit, äh, Geld bringen. Arbeit auch, aber, also Arbeitskraft, aber auch Geld. So, schaut mal, wie schnell hier die Plus Eins nach oben schnellt. So gefällt mir das, so muss das sein. Die Eins haben eine Kanone, apropos. So, du könntest hier schon mal eine Kanone an den Rändern bauen. Und wir könnten auch mal hier einen Turm schon mal so als Schutz bauen. Falls dann da noch von der anderen Seite Feinde kommen. Das sind wir dann sozusagen schon ein bisschen abgesichert. So, und hier brauchen wir leider ordentlich Geld, um unsere Leute noch zu Armbruchsschützen zu verbessern. Ein Steinmetz tritt in eure Dienste. Es gibt nicht genug zu essen. Es ist soweit. Ihr könnt euer Haupthaus ausbauen. Sehr gut, wir können unser Haupthaus ausbauen. Ja, ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Aber ich glaube nicht, dass wir das unbedingt brauchen werden mit dem Haupthausausbau. Ähm, ich glaube, das hier brauchen wir auch nicht. Nee. Das wird schon so passen. Der eine Leihbeigene könnte jetzt hier noch das kleine Wohnhaus bauen. Sehr schön. Ihr baut den Aussichtsturm. Danach könnt ihr schon mal die Architektenstube bauen. Dann können die nämlich schon mal die Pläne für die Brücke hier errichten. Das wäre mir wichtig. Na los. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Für euch doch immer. Okay, haben wir die ganze Armee eigentlich bei uns? Achso, die Trupps. Okay, verstehe. So, Armbruchsschützen werden... Hier brauchen wir leider sehr viele Steuern. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Okay. Ihr braucht noch einen Bauernhof, wird gebaut. Das können wir uns auf jeden Fall leisten. Und noch ein Haus, eventuell. Ich meine, wir haben ja die Ressourcen, bauen wir noch ein Haus. So. Perfekt. Hier wird die Architektenstube gebaut. Die bauen dann gleich die Pläne für die Brücke. Dann bauen wir die Brücke. Und dann, wenn da noch Feinde sind, besiegen wir die. Dann haben wir es, denke ich, geschafft. Ein Brückenarchitekt beginnt mit der Arbeit. Sehr gut. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Es gibt nicht nur zu essen. Aber da warten wir mal noch drauf. So, den Turm hier müssen wir natürlich ausbauen, dass er auch was bringt, nicht wahr? Und sie sind schon ein bisschen geschwächt hier. Der Rest aber nicht. Perfekt. Für euch doch immer. Ja, schön. Für uns doch immer, hört sich gut an. Müssen die jetzt eigentlich erstmal aus dem Dorfzentrum hier laufen, diese Brückenarchitekten? Ja, tatsächlich. Da kommen sie. Ein Bett in einem Wohnhaus wäre jetzt etwas wirklich feins. Es gibt zugegebenen Betten in eurem Reich. Es gibt kein Bett. Eure Bauernhöfe produzieren nicht gut. In einem schönen, warmen Wohnhaus. Was glaubt ihr, wo ihr seid? Ha, uns fehlt echt Geld. Geld fehlt uns ohne Ende. So, aber wir bauen mal gleich noch einen Turm. Wobei, die Brücke an sich kostet ja auch tausend Steine, ne? Wollen wir überhaupt noch einen Turm bauen? Wir hoffen mal, dass dann einer reicht und unsere kleine Armee. Dann sparen wir lieber auf die Brücke, würde ich sagen. Und ihr, wir könnten noch einen Steinmetz bauen. Das könnten wir machen. Ist hier nirgendwo mehr Platz? Nein, 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 das geht doch nicht. Dann kriegen wir noch schneller die Steine, die wir brauchen. Und jetzt können wir hier ein paar neue Truppen uns holen. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Dafür sind wir genau die Richtung. So, wie soll ich das? Ihr habt die Luft. Schützen schießen schneller und treffen besser. Oh, das wäre schon wichtig, das Upgrade noch. Das machen wir noch beim nächsten Zahltag. Wie sieht es mit den Plänen aus? Oh, wir können die Brücke scheinbar schon bauen. Das ging schnell. Das heißt, wir warten jetzt noch auf die tausend Steine, die wir bald haben sollten. Und bauen noch eine Selbstschusskanone, würde ich sagen, von Pilgrim. Vorsicht jetzt! Geht nicht zu nah dran! Sehr gut. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Was kannst du jetzt machen? Ah, die haben es sogar hier noch. Okay. Du kannst noch zum Steinbruch gehen. Wie ihr wünscht. Sehr schön. Pilgrim hat sich um alles gekümmert. Und noch 250 Steine, dann können wir die Brücke bauen. Und genau, für unsere Armee warten wir hier gerade nochmal. Auf die Meisterschützen dann. Und wir sind ja auch schon fast am Bevölkerungslimit. Und dann hoffen wir mal, dass die Armee reicht, wenn da nochmal ein Angriff kommt. Aber dann haben wir die Karte schon mal gut erschlossen. Und dann schaffen wir, denke ich, auch diese Mission noch in diesem Video. Auch wenn es dann vielleicht ein kleines bisschen länger dauert, aber das ist, denke ich, nicht so schlimm. Dafür ist es besser dann, dass es zusammenhängender ist. Ihr könnt mir übrigens mal in die Kommentare schreiben, wer von euch die Siedler des Erbe der Könige selbst kennt und selbst gespielt hat. Wer von euch hat vielleicht nur die Hauptkampagne gespielt, aber kennt Nebelreich nicht? Wer kennt alles? Und habt ihr vielleicht auch mal Lust, irgendwann nochmal in ferner Zukunft nach Nebelreich, auch die zweite Erweiterung von die Siedler des Erbe der Könige, dass ich die euch zeige. Die heißt ja Legenden. Da gibt es nochmal einige sehr lustige, interessante Missionen. Da kann man zum Beispiel auch mal die Bösewichte spielen, die man aus dem Hauptspiel schon kennt und kann dann Barbaren rekrutieren. Das ist sehr interessant, muss ich sagen. So, wir bauen jetzt aber hier die Brücke. Wir bauen jetzt, wie gesagt, die Brücke. Danach können wir ja noch einen Turm bauen. Jetzt haben wir ja Steine plötzlich ohne Ende. Die große, große Brücke wird hier gebaut. Unsere Armee hat sich versammelt. Viel mehr können wir nicht mehr machen. Ich hoffe sehr, dass die Armee reichen wird, Freunde. Ich hoffe es... Ihr verfützt nun über das Wissen über eine neue Technologie. Ja, Meisterschütze ist sehr gut. Ihr habt nicht genug Tage. Die kostet jetzt 250. Oh, die sind ja richtig teuer. Die sind jetzt aber richtig teuer geworden. Die Truppen. So, und die große Brücke ist gleich fertig, Freunde. Schaut sie euch gleich jetzt an. Genießt den Moment. Die große Brücke. Da ist sie. Da steht sie. Und es gibt sogar drei Tore, drei Torbögen, durch die man hindurch schreiten kann und die im Notfall auch abgesichert werden können. Nur wir können das leider nicht. Aber an sich ist es so vorgesehen vom Konstrukteur. Dem Herrn sei Dank, die Brücke ist fertig. Oh Gott. Was ist das? Zu Hilfe. Die Kreaturen greifen wieder an. Ja, und nicht wenige. Nicht wenige. Ja, das sind Dämonen. Ich ertrage ihren Anblick nicht auf meiner schönen Brücke. Ja, tut doch was. Ja, die werden wohl gleich kommen. Äh, Leib eigene. Wollt ihr noch einen Turm hier vielleicht irgendwie... Bauen. Wird erledigt. Hätte ich nix dagegen. Euer Arbeiter bezahlen ihre Steuern. So, noch ne Selbststoßkanone Pilgrim. Geht nicht zu nah dran. Boah, kannst du auch machen, ne? Wir bauen hier nochmal ne, ne Einheit. Weil wer weiß, was da jetzt so kommen wird. Wenn die gleich die Brücke überschreiten werden. Dann brauchen wir alle unsere Truppen. Das kann ich. Wir kümmern uns darum, wie ihr befehlt. So. Sofort. Wir erledigen das. Aber unsere Truppen stehen ja auch schon bereit. Wie ihr wollt. So, der Aussichtsturm. Bisschen schneller bauen vielleicht. Können nochmal zwei... Wobei, bis die da sind, egal. Schicken wir nochmal her. Oh, oh, ich glaub, sie kommen gleich. Ja, sie kommen. Pilgrim. Einmal ne Bombe legen. Jawoll. Ja, das hat gleich einige getötet. Sehr gut. Jetzt gibt's den großen Brückenkampf hier. Aber ich glaub, das kriegen wir hin. Wobei, da kommen... Uh, da kommen doch ne ganze Menge. Dario... ...wird schon ein bisschen angegriffen hier. Lass mein Volk in Frieden. Ich denke, ich kann helfen mir. Jetzt hat unsere Ballistatürme schießen ja auch. Und leider sehen wir den Kampf nicht richtig. Oh, schau mal, die laufen hier sogar vorbei. Wo wollen die überhaupt hin? Die wollen Ari angreifen, Mensch. Ja, aber das kriegen wir doch hin. Sehr gut. So. Hier der Aussichtsturm. Wird nochmal ein bisschen verbessert. Jetzt kommen nochmal ein paar Feinde, aber das kriegen wir alles hin. Die erledigen wir. Und mit den Ballistatürmen haben wir jetzt für immer auch mal diese große Brücke hier gesichert. Und ich mein, das ist ja die große Grenze von Darius Königreich. Er ermöglichte eine bequeme Reise in die östlichen Provinzen. Sie erregte aber auch das Interesse anderer Mächte. Hatten diese etwas mit dem Verschwinden von Erek zu tun? Trieben hier gar Dämonen ihr böses Blut? Es ist Zeit. Das ist eine gute Frage. Aber damit haben wir es geschafft, Freunde. Die erste Mission hier abgeschlossen. Schauen wir mal kurz in die Tipps. Die Nebelkrieger sind immun gegen Furcht. Das haben wir gesehen. Die Superkraft von Dario funktioniert hier nicht. Das heißt, sie fliehen nicht. Und die können auch nicht konvertiert werden. Ähm. Ah, wir hätten auch bei den Söldnern noch Soldaten machen, äh, rekrutieren können. Gut. Wir haben es geschafft. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Und, ähm, ja, wenn ihr noch was anderes sehen wollt auf meinem YouTube-Kanal, vielleicht interessiert euch auch Age of Empires 3, wer es von euch nicht kennt, ähm, blende ich euch das auf jeden Fall mal ein. Oder auch Scythe City Rome, das Aufbaustrategiespiel aus der Römerzeit. Oder ein weiteres Video, was vielleicht für euch ganz interessant ist. Aber wir, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei die Siedler, das Erbe der Könige, der Nebelreich-Kampagne, wenn sich unsere Helden in die östlichen Länder geben. Bis dahin, alles Gute, euer Gaius Julius Cäsar.